Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Kein Klub lockt in der zweiten Bundesliga in dieser Saison mehr Fans im Stadion als unser Verein, der FC Schalke 04. Mehr als 30.000 kommen im Schnitt und das trotz Corona. Der FC Schalke 04 ist der Zuschauergrößus der zweiten Bundesliga. Trotz der Corona-Einschränkungen besuchten 282.614 Fans die insgesamt neun Heimspiele der bisherigen Saison. Mehr Zuschauer hat kein Team der Liga in ihr Stadion gelockt. Und auch was die durchschnittliche Zuschauerzahl angeht, ist Schalke top. 31.402 Anhänger kamen im Schnitt pro Heimspiel in die Arena. Dreimal fand in der laufenden Spielzeit bereits über 40.000 Fans den Weg ins Schalker Stadion. Am besten besucht war das Heimspiel gegen Dynamo Dresden Ende Oktober mit 54.262 Zuschauern. Zuletzt allerdings durften ja auch aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen nur noch 50.000 Fans in die Arena. Zu Beginn der Rückrunde stehen sogar ja wieder Geisterspiele an. Bei Spielen vor leeren Rängen entgeht er den Schalkern bei jedem Heimspiel ein großer Einnahmeposten. Das allerdings haben die Gelse Kirchner zum Glück schon vor Saisonbeginn einkalkuliert. Wir haben Corona-Auswirkungen eingeplant, sagte Finanzforscherin Christina Rühlhamers zuletzt. Für die Gawette spielte der Schalke aufgrund der Corona-Lage mit 50% weniger Zuschauer einnahm gerechnet als in einem Zweitligaszenario ohne Pandemie. Einen Risikoabschlag nannte Rühlhamers das. Wenn man sich mal die verschiedenen Zuschauerzahlen anguckt, sieht man natürlich auch die Entwicklung. Zu Beginn der Saison gegen Hamburg und Aue waren es knapp 20.000 Zuschauer. Gegen Düsseldorf, den KSC und Ingolstadt knapp 25 Zuschauer. Dann war eben die kurze Phase im Herbst, wo man nahezu außer Kopf war. Gegen Dresden 55.000 waren knapp da. Gegen Darmstadt 50.000, gegen St. Hausten noch 45.000. Und dann eben der Break zum Nürnbergspiel mit gerade einmal 15.000 Zuschauern. Eure Meinung zu den Zuschauerzahlen gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.